Hier ruht Erzbischof Grigoris aus Armenien, Einsiedler zu Passau und Lehrer des heiligen Engelmann, gestorben am 23. September 1093. Das ist die Grabinschrift des Heiligen mit dem Namen Grigoris. In der Kirchenchronik von Windberg nahe der Stadt Passau in Deutschland wurde aufgezeichnet, gestorben am Mittag bei Sonnenfinsternis und beigesetzt vor dem Kirchenchor von Niedernburg. Die Grabstätte des Erzbischofs Grigorius vor dem Kirchenchor der rekonstruierten Heiligkreuzkirche existiert bis heute. Er hat in Bayern einige Schüler gehabt, die später in den Stand von Heiligen erhoben worden sind. Es gab auch einen seinerzeit weiteren berühmten Grigorius, nämlich den von Petivier. Die Grabstätte des Erzbischofs Grigorius